hallo und herzlich willkommen in der schönen bunten klötzchenwelt von alle kraft wir spielen hier hardcore und werden mal sehen dass wir überleben ich möchte dieses dorf ein bisschen mehr absichern aber so eine idee wir brauchen so ein paar die saaten so braucht viele karten so dann dachte ich war sehen da sind die häuser warum wir so zwischen den häusern es geht nicht einfach nur so machen okay kann ich so bauen haben kann was auch so geht dann brauche ich ja doch nur so machen wir das dann so zwischen den häusern um hin zu vermeiden dass ich das creeper so anschleichen also ich sagen alt falsch das ist ja schön das hat spaß allerdings das gebäude da oben ist ziemlich einsam ja dass die folgen ja so kurz sind es ist ja auch nicht so schlimm das jetzt so zu machen hier können wir eben noch einen baum pflanzen wenn wir dann noch mal samen finden für bäume ich hoffe die rpcs rennt da nicht rein blöd und die kai so einigermaßen ausgestattet aber zuckerrohr ist ja krass da hat man schon mitnehmen da konnte ich auch werden hier oben das auch ernten was hat man davon ich bin nix von ok alles klar dann so kacktänen so überlegen wie wir es hier einigermaßen sicher war es natürlich in unserer umgebung wir dann so einigermaßen wohnen dass wir da auf jeden fall maximale sicherheit generiert nämlich wieder weg so genau hier wo und wir über das nach hier habe ich schon hingesetzt da habe ich angefangen so geht natürlich hier nicht gut also ich kann ja natürlich durch gleich nichts im baum ist es dann hier so im baum aber das dann so machen und dann so 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 haben wir so schräg dann müsste ich das hier so abwechslung machen so und dann geht es aber nicht muss ich dem anpass vorbei machen wir wieder weg so und dann so und dann so und dann so also so so das ist ja toll so und so haben wir noch immer noch so da geht es nicht okay da geht halt nicht gar nichts machen dann mal sollten wir hier irgendwie uns aber ich am plan oder so 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 es ist hier so ein durchgang ja also da muss ich halt so gehen und ja okay ich könnte ja noch weniger wie ich alles klar das muss ich was erst schon angeschlagen die karteien jetzt so alles da haben wir hier schon mal sehr schwert und machen wir hier noch eine sind handicap also genau wie das hier mal so genau so das ist schon mal gut ich glaube dass er weg und dann hier so ein bisschen was denn sonst sind die weg alles klar auf jeden fall ist das nicht nicht nur so ganz unbemerkt durchzukommen genau das dann garten noch bauwerk so sieht gut aus weg damit kann ich überhaupt nicht das er ja das ist nicht böse auf uns dass wir gewohnt sind böse auf uns so dass hier muss man abbauen das ist scheiße aus man wollten ja doch zu so schon so und dann würde ich sagen so ein bisschen angeglichen werden auch dass die scheiße aus hier da tun wir da einen kaktus hin und dann tun wir hier einen kaktus hin und dann hier auch einen kaktus hin so haben wir noch ein paar kaktien auch noch paar da sind noch ein paar so hat nebenbei tut haben wir gerade aufhört um 11 so unüblich nun mal warte mal jetzt 0 uhr oder schon früh aufgehört nachrichten schauen ich brauch so nebenbei hintergrundkulisse informationen so was ich brauche dass ich mag das zumal ja und wer da angesagt war und dann möchte ich schon informiert sein das ist so das auch mein kaktus in dem auch mit so ich habe schon einige das ist gar nicht schlecht das brauchen wir für werkzeuge das gehen wir weiter ausbauen das wird ja wo die sonne ihr habt ihr geht schon wieder unter und es wird die nate auch schon das ende der folge und wir werden wir auch noch ein bisschen was das denn hier das ist ja scheiße aus ist das tatsächlich noch eine mine da so machen wir hier zack zack quatsch doof kopf dumpf packe so geht nicht so ich gehe aber wieder mal ein bettchen da sieht ein mal bett hallo aus da aus da aus da aus da aus da aus da da schliege ich weg da weg das spektak so ist dann ja jetzt sagen gute nacht bis zum nächsten folge so ich めelle ich 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 Vielen Dank.